herzlich willkommen zurück zu mario kart arcade gp heute geht es weiter mit dem mario special kart auf dem 150er ich habe wie immer eigentlich mittlerweile schon schon mal die folge aufgenommen aber dann ist wieder mal was schief gegangen was genau möchte ich jetzt hier nicht weiter erläutern aber auf jeden fall geht es weiter mit dem 150er special bei mario kart ich hoffe mal dass es nicht so wird wie sonst dass ich ganz strecken zweimal fahren muss sondern das gleich beim ersten versuch klappt 150er ist ja auch an sich ziemlich schnell aber es sieht bisher ganz gut aus die kurve dann nehme ich irgendwie immer falsch die hier trifft ich gut rum aber die andere naja diesmal war es schon besser aber ich habe einen ziemlich großen abstand fällt mir gerade auf also scheint das ja wohl zu funktionieren diesmal so ein bisschen komisches zeug machen um anzugeben runde 2 jetzt beim mario beach wieder in die falsche richtung ich hoffe mal dass es wieder so läuft gerade eben es sieht bisher ganz gut aus so ok ich kann es weiter nicht aufschießen durch das was mir joshida gerade gegeben hat sage ich jetzt mal scheint irgendwie ein anti-item einsatz alter das wird bestimmt 1 zu 1 zu heißen man merkt aber einfach wie 150er man man springt viel mehr ich gebe mich aber noch nicht geschlagen ne ich würde lieber luigi da behalte ich das so zack und nice und er hat mich nicht getroffen ich hatte schon die befürchtung dass er mich jetzt sofort abschießt aber da wurde ja nichts draus komm 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 gut wir sehen uns gleich wenn ich das geschafft habe und geschafft beim zweiten versuch es geht weiter mit runde 3 wieder mal bei nacht ich habe schon wieder den start nicht hinbekommen vorhin als ich also beim zweiten versuch vorhin habe ich den start auch nicht hinbekommen aber ok das hier sollte ich vielleicht mal an jemanden abgeben und es hat sogar geklappt ok da waren jetzt leider die items weg schon wieder ich kriege aber schon noch jemanden oder jetzt wird die beiden getroffen ok der abstand ist noch ein stück höher als bei der ersten runde das ist schon echt nicht schlecht also sechs runden finde ich ein bisschen zu viel ich weiß nur dass die strecke da nur eine minute gehen würde aber da vorne ist noch jemand der ist ziemlich zurückgefallen hätte ich noch ein paar runden gehabt hätte ich den vielleicht sogar eingeholt runde vier schon ich nehme erst seit neun minuten auf das geht ziemlich schnell diesmal ich hoffe mal dass es so bleibt ok ich weiß gar nicht was hier passiert ne wobei doch die haben ziemlich viel abstand aber ich glaube ich krieg die schon noch ich weiß jetzt nicht wie ich das da mit dem ja toll sprung machen soll ich habe ja zehn münzen deswegen bin ich auch etwas schneller er schießt jetzt einfach direkt ab das war schlecht aber dafür habe ich ihn jetzt sofort wieder getroffen was das item von donkey kong bringt weiß ich mittlerweile auch noch nicht ok letzte runde runde natürlich ja und da passiert natürlich sowas das kann ich vergessen aber ich habe noch ich habe noch hoffnung ich habe noch hoffnung nee jetzt ist zu spät so zweiter wir sehen uns wenn ich den ersten gemacht habe was soll das nice ok jetzt kommt kein challenge game mehr genau also das war es mit der folge damit bis zum nächsten mal tschüss Bis zum nächsten Mal.